Was sind die Unterschiede zwischen einem Ophthalmoskop und einem Otoskop? Sowohl das Ophthalmoskop als auch das Otoskop sind Instrumente, die einem Arzt eine eingeschränkte Sicht auf das Innere des Körpers ermöglichen. Sie sind nicht invasive Instrumente, die eine Kombination aus Licht- und Vergrößerungslinsen verwenden, um in bestimmte Öffnungen zu blicken. Der Unterschied zwischen einem Ophthalmoskop und einem Otoskop liegt hauptsächlich in dem Teil des Körpers, in dem sie untersucht werden, sowie in ihrem Aussehen und der Anzahl der Arten jedes Instruments. Das Ophthalmoskop ist ein Instrument, das ein Augenarzt oder Allgemeinarzt zu dem speziellen Zweck verwendet, Augenaufkrankheiten oder andere Erkrankungen zu untersuchen. Es strahlt durch die Pupille des Patienten und ermöglicht es dem Praktiker, das Augeninnere, den Fundus, zu sehen. Der Arzt kann dann die Teile des Fundus untersuchen, darunter Netzhaut, Makula und Papille. Dies erfolgt im Rahmen einer Routineuntersuchung des Auges, während einer körperlichen Untersuchung oder bei Bedenken hinsichtlich der Gesundheit des Auges. Für die beste Sicht könnte die Pupille des Patienten eine Erweiterung erfordern. Ein Otoskop, auch als Auriskop bezeichnet, ist eine Art medizinisches Instrument, mit dem ein Arzt die Innenseite der Ohren eines Patienten untersucht. Dies geschieht im Rahmen von körperlichen Untersuchungen und wenn Bedenken hinsichtlich des Gehörs oder der Ohrengesundheit im Allgemeinen bestehen. Neben der Untersuchung von Ohren wird dieses Gerät häufig zur Kontrolle von Nase und Mund eingesetzt. Dies ist eine der Hauptunterschiede zwischen einem Optalmoskop und einem Otoskop, da das erstere nur für einen Zweck verwendet wird, nämlich die Untersuchung der Augen. Das Aussehen ist ein weiterer Unterschied zwischen einem Optalmoskop und einem Otoskop. Der Kopf des Optalmoskops ist auf beiden Seiten des Instruments flach und darf nicht mit dem Auge in Kontakt kommen. Beim Otoskop hat das Instrument eine kegelförmige Spitze, die auf der dem Patienten zugewandten Seite leicht hervorsteht und leicht in das Ohr des Patienten eingeführt wird. Aus hygienischen Gründen bedeckt ein Einwegspekulum während der Untersuchung die Otoskop-Spitze. Obwohl sowohl das Optalmoskop als auch das Otoskop als tragbares Gerät ähnlich einer Taschenlampe erhältlich sind, gibt es einen zusätzlichen Optalmoskop-Typ, der am Kopf des Arztes getragen wird. Dieses Instrument wird als indirektes Optalmoskop bezeichnet und ermöglicht es dem Arzt, den Fundus unter Verwendung einer separaten Linse zu überprüfen. Das Bild, das bei der Verwendung des indirekten Optalmoskops angezeigt wird, ist breiter und bietet eine bessere Sicht als das tragbare Gerät, das als direktes Optalmoskop bezeichnet wird. Obwohl es nur einen grundlegenden Otoskop-Typ gibt, gibt es eine Version, die für die Verwendung zu Hause zur Überprüfung der Ohren verfügbar ist. Dieses Gerät unterscheidet sich von einem Optalmoskop, das nur für den professionellen Gebrauchern freiheitlich ist.